Oh mein Gott, da ist Sonic und Shin Sonic. Was macht der da? Oh Gott, wir müssen hier den Ausgang finden. Da ist er. Ich werde nun meine finale Attacken... Heyo Leute, CryMix hier. Was geht ab? Ich bin Paul Berger. Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Leute, lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert, Leute. Und heute ist natürlich mal wieder einiges... Hä? Was ist das denn? Wer kommt denn da angerannt? Ich brauche Hilfe. Leute, das ist doch hier... Ich brauche Hilfe. Das ist doch Blaze the Cat, die Freundin von Sonic. Was ist denn los? Sonic wurde entführt. Wie? Sonic wurde... Hä? Ja, von Shin Sonic. Was? Shin Sonic? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Warte mal, Shin Sonic? Ich dachte, das wäre nur ein Gerücht. Gibt es den wirklich? Nein, den gibt es wirklich. Bitte geh schnell. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alles klar, ich werde dir natürlich helfen. Sag mir, wo ich ihn finden kann. Komm, oder weißt du was? Steig am besten ein. Steig einfach ein. So, sag mir, wo Shin Sonic Sonic hingebracht hat. Oh, verdammt. Geradeaus, geradeaus. Oh, okay. Oh mein Gott, Leute. Ey, was ist hier schon wieder los? Blaze, die Freundin von Sonic, Leute, sagt uns hier gerade, dass Sonic entführt wurde von Shin Sonic, Leute. Ich dachte, das wäre nur ein Gerücht und ihn würde es gar nicht wirklich geben. Okay, wir machen uns hier direkt auf den Weg und werden natürlich unseren Kumpel Sonic retten, Leute. Lasst dafür ein Like und ein Abo da. Let's go. Okay, hier rechts. Hier? Hier muss das sein? Hier haben die Sonic hingebracht? Was? Äh, okay. Da vorne steht schon jemand? Oh mein Gott, oh mein Gott, Leute. Seht ihr das? Da vorne ist wirklich eine bewaffnete Einheit. Ey, warte mal. Ich muss das mal ganz kurz hier anschauen. Wir fahren einmal kurz dran vorbei. Oh Gott, oh Gott. Der ist schwer bewaffnet hier. Äh, ich sag dir ehrlich, Blaze, ich glaube, das ist hier nichts für dich. Du bringst dich jetzt hier besser in Sicherheit. Ja, ich bin raus hier. Ich werde Sonic retten, ja. Okay, alles klar. Oh Gott, Leute. Ey, irgendwas stimmt hier auf jeden Fall ganz gewaltig, nicht? Weil, wer sollte Sonic entführen und warum und wer ist dieser Shin Sonic, Leute? Ich meine, ich habe Gerüchte davon gehört und irgendwie soll das hier ganz krass sein. Aber also, wir müssen auf jeden Fall Sonic da rausholen. Okay, warte mal. Erst mal hier schön beobachten. Äh, das ist hier wirklich irgendwie so ein Söldner, so ein Soldat. Und die sind hier bis unter die Zähne bewaffnet. Okay, wisst ihr was? Ich werde den jetzt hier mal ausschalten. Drei, zwei, eins und bam. Okay, sehr gut. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Okay, und weiter vorrücken, weiter vorrücken. Wir müssen da rein. Wir werden Sonic da rausholen, Leute. Kein Freund wird hier zurückgelassen. Okay, ganz entspannt, ganz entspannt bleiben. Wisst ihr was? Ich trage den hier erstmal zur Seite. So, nicht, dass das hier noch auffällt, Leute. Und schön hier abwerfen. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. So, weiter vorrücken, weiter vorrücken. Also, bis jetzt sehe ich hier zum Glück nur eine Wache hier draußen. Oh mein Gott. Und hier drin müssen die irgendwo Sonic versteckt halten. Okay, ich rücke jetzt hier mal weiter vor. Seht ihr hier irgendwo einen Eingang? Höh, da ist ja ein ganzer Militärtruck. Okay, wir müssen davon ausgehen, dass hier noch mehr von diesen Soldaten sind. Okay, langsam vorrücken. Irgendwo hier muss doch ein Eingang sein. Denkt ihr, hier geht es irgendwo rein oder so? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sonic, keine Sorge, wir werden dich da rausholen. Wir werden dich da rausholen. Guck mal, hier ist eine Tür. Glaubt ihr hier hinter der Tür ist was? Wisst ihr was? Ich werde die Tür aufsprengen. Ich werde die jetzt einfach aufsprengen. Sonic, ich komme dich rausholen. Oh mein Gott. Okay, Tür ist aufgesprengt, Tür ist aufgesprengt. Okay, ich sehe hier niemanden. Warte mal, das sieht aber auch nur wie so ein Schaltzentrum oder so hier aus. Okay. Vielleicht bin ich hier falsch. Vielleicht ist das hier, vielleicht wird hier gar niemand gefangen gehalten. Vielleicht ist das auch alles nur ein Riesenmissverständnis hier. Aber Leute, hier ist ja auch eine Tür. Vielleicht geht es hier noch weiter. Wir schauen da mal besser. Ich meine, es geht hier immerhin um Sonic. Oh, was ist das denn? Leute. Okay, irgendwas stimmt hier ganz gewalttätig nicht. Ich meine, ich meine, was ist das, Leute? Hier führt einfach so ein Weg runter. Oh Gott, Leute, das gefällt mir ganz und gar nicht. Sollen wir da mal runtergehen? Okay, ich weiß aber nicht, was mich da unten erwartet. Okay, ganz langsam, ganz langsam. Oh Gott, hier stehen Leute. Hier stehen Leute. Oh mein Gott, die haben mich bemerkt, die haben mich bemerkt. Oh, da hinten ist noch einer. Und, okay. Okay, wir haben sie ausgeschalten, wir haben sie ausgeschalten. Leute, was ist das hier? Ist das hier so ein Verlies oder ein Gefängnis oder was? Sonic, wenn du hier bist, ich werde dich retten. Ey, Leute, das ist echt zu krass. Wo sind wir denn hier gelandet, Leute? Der arme Sonic wurde hier eingesperrt. Aber wir werden ihn jetzt hier rausholen. Keine Sorge, Sonic, ich werde kommen. Okay, hier ist eine weitere Tür nochmal. Und hier nochmal eine Tür. Wie krass ist das denn, Leute? Der ist ja hier richtig krass eingesperrt. Und hier ist nochmal eine Tür. Wir gehen da jetzt mal rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kannst entspannt bleiben. Kannst entspannt bleiben, Leute. Da ist Sonic und Shin, Sonic. Sonic, gib mir deine Kräfte. Er will die Kräfte von Sonic. Oh nein, 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 nein. Das ist gar nicht gut. Sonic, wenn du sie mir nicht nützt, werden sie mir nur an. Nein. Leute, was sollen wir machen? Hör zu, ich habe dich schon 24 Mal besiegen. Oh mein Gott. Wie oft muss ich dich noch besiegen? Leute, wir müssen Sonic helfen. Ey, Leute. Nein, nein, nein. Was sollen wir machen? Leute, glaubt ihr, diesen Shin, Sonic, kann man einfach so angreifen und auf ihn schießen? Ich glaube, das bringt nichts, Leute. Ich meine, die haben ja irgendwie ihre Superkräfte hier. Leute, ich muss auf den richtigen Moment warten, um Sonic da rauszuholen, Freunde. Oh Gott, was soll ich hier machen? So, Sonic, es ist Zeit. Ich werde deine Kräfte nehmen. Er will Sonics Kräfte nehmen. Oh nein, was sollen wir machen? Was macht er? Leute, nein. Was macht er da? Sonic. Oh, nein, Sonic. Gib mir deine Kräfte. Was macht er mit Sonic? Oh. Ey, Leute, was sollen wir machen? Ich muss auf den richtigen Moment abwarten. Er hat ihm irgendwie seine Kräfte weggenommen, Leute. Warte mal, wir schauen jetzt hier nochmal zu, was er jetzt mit den Kräften macht. Du, Sonic, ich habe deine Kräfte. Und ich werde mich jetzt verwandeln. Oh mein Gott, was macht er? Leute, schaut euch mal an. Oh mein Gott, schaut euch mal an, wie groß er ist. Oh Gott, ich muss mich hier verstecken. Ich muss mich hier verstecken. Oh mein Gott. Verdammt, ist das die Kräfte. Oh mein Gott. Leute. Du bist wahrscheinlich mit dir, Sonic. Habt ihr das gesehen, wie groß er wurde? Ey, Leute, wir müssen uns hier verstecken und warten, bis er geht. Dann können wir Sonic da rausholen. Ich glaube, er ist jetzt super stark, dieser Shin, Sonic. Oh Gott. Sonic, du bleibst hier. Wir sehen uns bald wieder. Leute, schaut mal, wie groß er ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen, wie er sich verwandelt hat? Pst, Sonic, pst. Hey. Hey. Ich bin Sonic. Warte mal, Sonic, ich kenne dich doch. Ich werde dich befreien. Warte mal, Leute, wir machen ihn da frei. Was geht, Max? So, okay, ich habe dich befreit. Hilf mir, verdammt. Ja, ja. Komm, mach dich lose. Oh Gott. Ey, Sonic. Ich glaube, er hat sich deine Kräfte genommen. Ja, ich weiß, verdammt. Wir müssen uns zurückholen. Oh mein Gott. Ey, wie sollen wir den stoppen? Der ist doch super stark. Weißt du was? Ich habe auch krasse Waffen dabei. Warte mal, komm, wir gehen raus. Wir werden ihn direkt draußen jetzt stoppen. Wir werden ihn direkt aufhalten. Wir lassen ihn nicht entkommen damit. Oh Gott, Leute, der arme Sonic hat seine Kräfte verloren. Und dieser Shin Sonic ist jetzt einfach super stark. Wisst ihr was? Ich habe aber hier krasse Waffen dabei. Wir werden uns den jetzt hier direkt draußen vor der Tür schnappen. Wir lassen ihn jetzt gar nicht erst entkommen. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Shin Sonic. Zeig dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vorsichtig, Max. Ihr habt keine Chance. Ich werde auf ihn schießen. Oh Gott, Leute, das bringt nichts. Das bringt nichts. Bam. Hä? Ey, das juckt den gar nicht mehr, wenn ich auf ihn schießen. Verdammt nochmal. Hä? Guck mal, der ist so schnell. Der teleportiert sich mal wieder runter. Das bringt gar nichts. Ich werde euch nicht mehr. Ich werde euch nicht mehr. Oh, oh, oh. Leute, warte mal. Vielleicht die Mini-Cup. Oh. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh. Oh, Leute, er ist so stark. Er hat uns voll umgehauen. Nein. Leute, guck mal, Sonic ist total langsam. Er kann auch nichts mehr machen. Ich bin so langsam. Oh Gott. Ich probier's. Nein, nein. Oh, Shin Sonic, damit wirst du nicht durchkommen. Das werden wir gleich sehen. Leute, was macht der? Oh. Oh. Leute, was macht der Shin Sonic hier mit mir? Oh. 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 Oh mein Gott. Leute, er ist zu stark. Er hat so krasse Kräfte. Sie sehen uns bald wieder ein. Nein. Nein, Leute. Oh. Er will die ganze Stadt zerstören. Oh. Oh mein Gott, Leute. Schau mal, er ist so schnell. Er teleportiert sich so gefühlt über die Map. Oh. Oh. Oh, verdammt. Oh. Leute, ich kann hier gar nicht mehr aufstecken. Ja, ich geb schon alles. Wir müssen unsere Kräfte wiederbekommen. Oh, verdammt nochmal, Sonic, ey. Der Typ ist echt zu stark. Hast du gesehen, was der mit mir gemacht hat? Der hat mich einfach hochfliegen lassen. Ja, wir müssen, verdammt. Wir müssen unsere Kräfte wiederbekommen. Ja, aber was sollen wir machen? Der ist super stark, dieser Shin Sonic. Hör zu, Max. Ja, was sollen wir machen gegen den? Wie, du hast einen Freund? Ja, ich hab einen Freund. Okay, ja. Er heißt Dr. Williamen. Dr. Williamen, okay. Genau, Dr. Williamen. Ja, okay, ja. Und jetzt, was sollen wir machen? Du hast keine Kräfte mehr. Ja, wir gehen zu Dr. Williamen und er wird uns weiterhelfen, okay? Ja, hoffen wir es mal. Dann führ mich mal hin zu dem. Leute, wir gehen jetzt irgendwie mal zu diesem Freund von Sonic. Und der soll uns irgendwie weiterhelfen können. Also, ich sag's mal so. Ich hab keine super Kräfte. Normale Waffen helfen nix. Und Sonic ist auch total langsam. Der hat auch keine Kräfte mehr. Wir gehen da jetzt mal rüber. Wir müssen irgendwie diesen Shin Sonic stoppen, Leute. Okay, Leute. Wir sind jetzt hier zum Human Labs Labor gefahren. Und hier ist wohl irgendwie dieser Freund von Sonic. Dieser, ich glaub da vorne ist er, oder? Sonic, dieser Doktor. Keine Ahnung, wie er schon wieder heißt. Ja, das ist Mr. William Nennen. William Nennen, okay. Äh, Doktor. Wissenschaftler. Wer sind sie denn? Es gibt ein Problem. Sonic hat seine Kräfte verloren. Und Shin Sonic ist in der Stadt. Shin Sonic? Shin Sonic ist in der Stadt. Der echte Shin Sonic? Ist ihr euch sicher? Und er hat Sonics Kräfte und ist super stark. Oh mein Gott. William Nennen, wir brauchen jetzt wirklich einen guten Tipp. Okay? Wie können wir ihn stoppen? Ich kann euch einen Tipp geben, aber es wird verdammt schwer. Es hat noch kein Mensch überstanden. Hä? Wie noch kein Mensch hat das überstanden? Es ist, sprich... Ihr könnt euch höchstens die Sonnenruhne holen. Die Sonnenruhne? Die Sonnenruhne? Was ist die Sonnenruhne? Ja, die ist tief im One Chilliard versteckt. Aber wie gesagt, es hat noch niemand überlebt, der sie gesucht hat. Hä? Und was hat man davon mit dieser Sonnenruhne? Sie wird ihr unheimliche Kräfte verleihen. Wow. Das ist genau das, was wir brauchen, Sonic. Ich weiß nicht. Genau, aber wie gesagt, dann, ähm, Sonic ist wahr, schön, dich gekannt zu haben. Wieso? Aber wenn ihr die Sonnenruhne suchen geht, werden wir uns wahrscheinlich nicht wiedersehen. Noch nie ein Mensch hat das geschafft. Um Gottes Willen. Aber ey, Sonic, das ist unsere einzige Möglichkeit. Du weißt, was passiert. Dieser Shin Sonic wird die ganze Stadt zerstören. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wer soll es sonst tun? Ich bin nur schnell, nicht mutig. Ja, und du bist aktuell nicht mal mehr schnell. Sonic, komm mit jetzt. Wir müssen das machen. Ey, dieser Wissenschaftler hat irgendwie gesagt, unter dem Mount Chilliard findet man irgendeine Sonnenruhne. Und damit bekommt man irgendwelche Superkräfte. Okay, Leute, ich glaube, das ist die einzige Chance, wie wir diesen Shin Sonic stoppen können. Wir werden uns auf den Weg machen zu Mount Chilliard, Leute. Let's go. Oh mein Gott, Leute, wir sind auf dem Mount Chilliard angekommen. Sonic, glaubst du, wir sind wirklich bereit dafür? Verdammt, ich bin auf jeden Fall nicht bereit dafür. Oh Gott, ich weiß auch nicht, ob ich bereit dafür bin. Noch nie ein Mensch hat das überlebt, hat der Wissenschaftler gesagt. Um Gottes Willen. Und warum sollen wir das dann überleben? Guck dir das mal an. Das ist diese uralte Prophezeiung von GTA, Leute. Seit elf Jahren noch nie war da jemand drin. Und wir werden jetzt als erstes da unten reingehen. Da, wo dieses Ei ist. Da muss sich diese Superkraft befinden. Okay, komm. Lass uns reingehen. Lass uns reingehen. Oh Gott, ey, diese Türen, die wurden schon ewig nicht mehr benutzt. Die klemmen hier total. Oh mein Gott, guck mal, wie verrostet dieser Fahrstuhl hier ist. Zieh, zieh. Ich bin drin. Komm rein, Sonic. Leute, wir fahren jetzt hier in den geheimen Untergrund des Mount Chilliards, wo noch nie ein Mensch drin war. Let's go. Wir sind unten angekommen. Ich hab Angst. Ich hab auch echt Angst. Okay, warte. Mach die Tür auf. Okay. Oh mein Gott, warte mal. Ich muss eine Taschenlampe in die Hand nehmen. Hier ist ja richtig dunkel hier unten drin. Oh. Hallo. Hallo. Okay, hier ist alles ruhig. Bis jetzt seh ich mal noch keine Gefahr hier. Du, du gehst vor. Ich soll vorgehen? Ja, ich glaub, du gehst vor. Okay, komm, Sonic. Komm, wir müssen es einfach nur hier durchschaffen. Irgendwo hier muss diese Sonnenruhne sein, die uns Superkräfte beschafft. Das sieht aber eher nach einer Kanalisation hier aktuell aus. Glaubst du, hier lebt jemand? Ich glaub nicht. Das sieht hier alles so aus, als wäre hier noch nie jemand drin gewesen. Oh, hier sind Kakerlaken auf dem Boden. Ey, Mann, wo ist denn hier der Weg, Junge? Wo müssen wir denn hier überhaupt hin? Ey, das ist voll komisch. Sonic, hast du eine Idee, wo wir lang müssen? Herr Dammark, hast du dir schon über Namen Gedanken gemacht? Warte mal. Hast du das gerade gehört? Ja. Was war das? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Irgendwie. Oh, was ist das denn? Oh, Sonic, renn, 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 renn. Ich bin zu lang drin. Achtung. Wow. Was macht der? Er schreit. Er ist so schwindelig. Mir ist auch so schwindelig. Oh mein Gott, Leute. Der schreit irgendwie hier und hat so eine super Attacke. Oh mein Gott, was macht der mit uns? Max, schieß. Schieß. Oh mein Gott, ja, ja, ja. Ich werde auf ihn schießen. Ich werde auf ihn schießen. Oh mein Gott, er ist umgefallen. Er ist umgefallen. Verdammt, Max, nicht schlecht. Warte mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das ihn schon ausgenockt hat. Bleib lieber auf Abstand, Sonic. Was ist das hier? Ist das ein Riese? Okay, okay, okay. Warte mal. Er steht wieder auf. Sonic, renn. Wow. Renn, 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 renn. Wow, Leute. Was ist das? Er rennt uns hinterher. Er rennt uns hinterher. Wie viel schneller als ich, wie? Oh, Sonic, renn, 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 renn. Was ist das? Oh Gott, wir müssen hier den Ausgang finden. Leute, das ist hier wie ein Labyrinth. Schnell hier drüber. Ich kann ihn nur kurzzeitig auspacken. Bring ihn auf. Hier ist ein Fahrstuhl. Hier ist ein weiterer Fahrstuhl. Lass ihn rein. Lass ihn einfach rein. Lass ihn einfach rein. Ja, ich habe aber noch einen Giganten hinter uns. Okay, ich glaube, er passt hier nicht rein. Verdammt, die Tür geht nicht auf. Sonic, mach so die Tür auf. Ich gucke, dass er nicht mehr weiterkommt. Ich kümmer dich um den Giganten. Ich kümmer mich drum. Ich kümmer mich drum. Okay, bitte, bitte. Steh nicht wieder auf. Bitte, steh nicht wieder auf. Sonic, mach die Tür auf. Sonic, starte den Fahrstuhl schnell. Oh Gott, er kommt wieder. Er kommt wieder. Mach die Tür zu. Oh, ich will weg. Oh mein Gott. Leute, wie knapp war das? Oh mein Gott, Leute. Sonic, wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Wir sind jetzt in irgendeinem Minenschacht hier drin. Hä? Leute, seht ihr dieses Symbol hier unten? Äh, Sonic, ich habe hier irgendeine Fähigkeit bekommen. Wow. Oh mein Gott. Leute, hört ihr das? Ich kann diesen Megaschrei machen von dem Riesen gerade. Schrei mir nicht ins Gesicht, verdammt. Oha. Freunde, ich glaube, das ist das, was der Wissenschaftler gesagt hat. Hier mit jedem Level schalten wir hier eine weitere Fähigkeit frei. Aber das bedeutet, dass hier auch in jedem Level ein neuer Boss hier auf uns wartet. Okay, also aktuell haben wir schon mal so einen Megaschrei hier von einem Riesen bekommen. Oh mein Gott, äh, Sonic, ich will gar nicht wissen, was hier auf uns wartet. Ja, ich würde sagen, du gehst wieder vor. Äh, äh, warum muss ich hier immer vorgehen? Verdammt, du hast einfach eine gute Nase. Okay, okay, okay. Lass uns hier mal umschauen. Oh Gott, Freunde. Was ist das hier für ein Minenschacht? Äh, Sonic, hast du eine Idee, wo wir langlaufen sollen? Es geht hier, es geht hier in drei Richtungen weiter. Lass mich ein bisschen schnüffeln, okay? Okay, ja, schnüffel mal mit deiner Schnüffelnase hier. Oh Gott, Leute, in welchem Weg würdet ihr gehen? Den rechten, den geradeaus oder links? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, meine Oma hat immer gesagt, geh geradeaus. Immer der Nase nach, hä? Okay, dann gehen wir hier mal geradeaus. Ey, Sonic, wir laufen jetzt hier schon fünf Stunden durch diese Höhle, Mann. Wo sind wir denn hier? Ja, und ich muss die ganze Zeit vorlaufen, verdammt. Ja, aber du hast doch auch die Schnuppernase hier. Okay, warte mal, da ist wenigstens Licht. Was ist das denn? Das ist ein Eistroll. Ein Eistroll? Ein Eistroll. Warte mal, ich habe eine gute Idee. Ich werde einfach meinen Raketenwerfer rausnehmen. Und drei, zwei, eins und bom. Oh, 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 das war eine dumme Idee. Achtung, oh, oh. Er guckt uns an. Nein, 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 nein. Pass auf, Sonic. Oh, was macht der? Ey, Leute, der hat uns eingeeist. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen, Sonic. Oh, nein. Oh, Gott. Leute, dieser Eistroll ist zu stark. Okay, wir sind wieder frei. Gehen um. Sonic, wir müssen ihn irgendwie loswerden. Bevor er uns wieder einheist. Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Der ist zu stark. Warte mal, wisst ihr was? Ich kann nur langsam laufen. Okay, lauf du vor. Ich werde hier richtig viel Granaten hinwerfen. Die sollten ihn eine kurze Zeit aufhalten. Hier runter, hier runter. Bam. Okay, ich werde hier nach, ich werde hier nach. Leute, was sind hier für Kreaturen, die unter dem Mount Chiliad leben? Um Gottes Willen. Schnell, 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 schnell. Ich kann ihn nicht ewig aufhalten. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh. Okay, ich glaube, hier kann er nicht durch. Da kann er nicht durch. Oh, Gott, weiter. Renn, 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 Sonic. Renn, 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 renn. Das erinnert mich an Level 12. Oh, Gott. Was für Level 12? Links oder rechts? Okay, hier links, Lani. Ich hoffe, du weißt, wo du langlaufen musst, Sonic. Oh, Gott, Sonic, da ist der Ausgang. Lass dich schnell aus dem Level raus, bevor hier noch mehr so Eistrolle kommen, die einen vereisen können. Um Gottes Willen. Okay, schnell, 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 drück auf den Knochen. Hier geht es noch tiefer, Max. Okay, okay, es geht noch tiefer rein in den Mount Chiliad. Let's go. Okay, wir müssen hier wieder die Tür aufmachen. Oh, Gott, die Tür klemmt hier total. Alles ist hier zugerostet. Oh, mein Gott. Was ist das hier für ein Wasserlevel? Aber Sonic. Max? Sonic, ich habe jetzt die Eisfähigkeit bekommen. Guck dir das mal an. Und... Ich kann jetzt hier einfach vereisen. Wow. Okay, das ist cool. Das ist cool. Jetzt habe ich schon zwei Fähigkeiten, um Shin Sonic zu stoppen. Okay, jetzt müssen wir... Nee, schlecht. Jetzt müssen wir aber durch dieses Wasserlevel hier durchkommen. Äh, ich kann nicht schwimmen. Äh, okay, Sonic, soll ich dich hier durchtragen oder was? Ja, trag mich. Okay, Leute, Sonic kann nicht schwimmen. Wir tragen ihn. Oh, verdammt nochmal, Sonic. Du, alles wäre leichter, wenn du schwimmen könntest, Junge. Hab noch nie irgendwie probiert zu schwimmen. Okay, Leute, wir schwimmen jetzt hier mal durch. Ich hoffe, dass hier nicht wieder irgendeine komische Kreatur auf uns wartet. Boah, Sonic, ey. Ich glaube, wir müssten jetzt hier langsam am Ende angekommen sein. Ey, du wirst auch langsam richtig schwer, ey. Ähm, Sonic. Achtung, was ist das denn? Was ist das denn schon wieder? Was ist das denn schon wieder? Ah! Oh, der hat einen Wasserstrahl drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, wir kommen nie an dem vorbei. Wie soll ich mit denen loswerden? Aber warte mal, ich kann ihn vielleicht einfrieren. Ich kann doch mittlerweile auch super Kräfte machen. Pass auf, Sonic, bleib hinter mir. Nein, ja. Ich werde ihn einfrieren. Und... Bumm! Oh! Oh nein, 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 nein. Oh, er wirft mich nach hinten. Ich komme nicht an ihn dran. Ich komme nicht an ihn dran. Er ist nicht eingefroren. Ich muss nah an ihn dran. Oh mein Gott, im Wasser haben wir keine Chance gegen den hier. Oh! So, jetzt gehörst du mir, Junge. Jetzt gehörst du mir. Und... Haha, pass auf, Sonic. Sonic, du stehst im Weg. Oh! Oh Gott. Sonic, jetzt habe ich dich noch mit eingefroren. Aber der ist auch eingefroren. Okay. Ich mache hier schon mal die Tür auf, Sonic. Du musst jetzt hier gleich schnell reinkommen. Oh! Du musst dich beeilen, bevor er wieder auch wach wird. Komm, schnell, Sonic. Los, 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 los. Drück! Und... Weiter, weiter ins nächste Level. Weiter ins nächste Level. Wir sind hier im nächsten Level. Und wir haben jetzt eine neue Superfähigkeit bekommen. Und zwar können wir jetzt auch diesen Wasserstrahl machen. Okay, das ist schon mal gut. Hä? Wo... Wo sind wir denn jetzt bitte gelandet? Hä? Eine Kathedrale. Unter dem Mount Chiliad ist eine verlassene Kathedrale? Also so langsam checke ich hier echt nichts mehr. Äh, okay, Sonic. Wir müssen hier den Ausgang finden, wie immer. Okay. Lass uns diese Tür zuerst checken. Komm. Äh, okay, okay. Lass uns alle Türen hier checken. Das ist eine gute Idee, Sonic. Okay, die Tür hier ist schon mal verschlossen. Da geht nichts. Sonic, Sonic geht hier einfach in die Tür rein. Hä? Äh, das ist ja eine Bahnhofshalle hier. Leute, was... Verdammt. Was ist hier los? Was ist das? Okay. Wo sind wir hier? Ey, ich... Ich checke hier... Ich checke hier langsam gar nichts mehr. Ich checke hier langsam gar nichts mehr. Wir müssen hier den Ausgang finden. Aber warte mal. Lass uns unten schauen. Sonic, weißt du, was ich mich auch frage? Es war doch bis jetzt hier bei jedem Level irgendeine unheimliche Kreatur. Irgendeine Art von Boss. Halt, okay, halt hier die Augen gut auf. Hinter dir. Was ist das denn? Es ist wieder verschwunden. Was ist das? Oh. 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 Da ist es. Achtung, da hinten, da hinten. Ich schieße auf ihn. Ich schieße auf ihn. Was ist das? Das bringt gar nichts. Er ist schon wieder weg. Er kann sich... Was ist hier verstecken? Komm. Er kann sich teleportieren. Geh in die Zimmer rein. Ja, geh in die Zimmer rein. Was ist das denn? Hä? Das ist wie ein Kinderzimmer. Oh. Oh, da ist ein Geist. Oh. Was ist das denn? Oh. Geh durch die Zimmer. Sonic, geh durch die Zimmer. Oh. Wir müssen durch alle Zimmer durch. Wie viele Zimmer sind denn hier? Sonic. Hä? Oh. Das Teil verfolgt uns. Sonic. Sonic. Da ist es schon wieder. Was ist das denn? Oh Gott. Oh. 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 Überall sind hier Geister. Sonic, wo bist du? Oh Gott. 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 Oh. Leute, lass mich in Ruhe. Okay. Okay. Mir reicht es. Mir reicht es. Mir reicht es. Ich gehe wieder zurück. Ich gehe wieder zurück. Sonic. Sonic, wo bist du? Oh. 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 Der kommt immer wieder. Oh. Oh. Sonic, da bist du ja. Max, wo warst du verdammt? Sonic, wir müssen hier raus, verdammt nochmal. Wo warst du? Äh. Ich gucke mich hier die ganze Zeit um. Oh Gott. Hier geht es wieder in den Minenschacht rein. Das ist auch die falsche Richtung. Verdammt nicht in die Mine. Schau mal hier. Oh Gott. Lass uns hier dieses Kart nehmen. Ja, warte. Ich glaube, hier ist ein Ausgang. Hier können wir mit dem Kart hier abhauen. Aufs Kart. Aufs Kart. Wow. Sonic, steig ein. Steig ein. Steig ein in das Kart. Oh Gott. Der steht schon wieder neben mir. Oh. Okay, wir sind weg. Wir sind raus hier. Wir haben es geschafft. Oh Gott, Leute. Wir sind im nächsten Level angekommen. Was erwartet uns hier? Aber wir haben wieder eine neue Fähigkeit bekommen. Okay. Ey, Sonic. Soll ich dir mal die neue Fähigkeit zeigen, die ich habe? Oh Gott. Warte mal. Warte mal. Da vorne läuft irgendwas. Was ist das da? Wer zeigt dir? Was ist das? Was ist das? Oh oh. Oh oh. Das ist Momo. Was ist das? Das ist diese Momo-Kreatur. Ja, Momo. Ich habe eine neue Fähigkeit hier für dich. Wow. Oh mein Gott. Das ist mit Abstand das Coolste, was ich bis jetzt gesehen habe. Alter, Leute. Ich bin super stark. Ich habe mittlerweile voll die gleichen Fähigkeiten wie dieser Shin, Sonic. Und wir werden hier noch stärker, weil hier sind noch mehr Bosse, die wir besiegen. Jetzt haben wir hier sogar schon Momo besiegt. Okay, komm, Sonic. Lasst uns hier durch. Wir gehen schnell ins nächste Level rein. Okay, aber hier musst du aufpassen, dass du hier nirgends wo runterfällst. Das ist hier richtig gefährlich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schleller, Max. Ich will hier endlich raus. Ja, ich will hier auch endlich raus, Leute. Wir sind mittlerweile so viele Kilometer unter dem Mount Chilliard. Was hier wartet an Kreaturen, Freunde? Das ist ja richtig krass. Oh Gott. Oh Gott. Hier ist Wasser, Max. Ja. Okay, warte mal. Max. Ja, was ist denn? Ja. Du musst mich tragen. Nein, hier ist doch nicht tief. Das ist doch kein Problem. Du musst hier. Du kannst doch nicht schwimmen hier. Oh oh. Guck mal, da vorne. Oh mein Gott. Die spitzen Steine da vorne. Pass jetzt hier gut auf, Sonic. Nicht, dass du hier runterfällst. Wie? Ich muss nicht schwimmen. Ja, okay. Du musst hier doch kurz schwimmen, aber das schaffst du schon. Oh 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 oh. Pass hier gut auf. Pass hier gut auf. Warte mal. Muss das hier erstmal ausleuchten. Guck mal hier diese spitzen Steine. Ich komme da niemals rüber. Jetzt hier keinen Fehler machen. Warte mal einer nach dem anderen. Sehr gut, Sonic. Sehr gut. Und okay. Erster Stein. Komm, der nächste. Let's go. Komm schon. Wir schaffen das gemeinsam hier rüber. Wir schaffen das gemeinsam hier rüber. Oh. Okay. Und jump. Okay, let's go. Komm schon, Sonic. Wir haben es gleich geschafft. Noch mehr Wasser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo sind wir hier? Oh Gott, wo sind wir hier? Ich werfe hier mal ein paar Signalfackeln. Da ist alles total dunkel hier. Oh Gott, da ist noch Morbo. Okay, Sonic. Pass auf. Bleib gut hinter mir. Bleib gut hinter mir. Oh, ein Wasserstrahl. Oh, komm schon. Oh Gott, wir haben es weggefetzt. Wir haben es weggefetzt. Ich glaube, wir haben es erledigt. Ich glaube, wir haben es erledigt. Oh mein Gott. Achtung, hier musst du noch mal schwimmen, Sonic. Hier musst du noch mal schwimmen. Oha, wo sind wir hier? Da ist ein abgestürztes UFO hier drunter. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Wir sind so weit unter dem Mount Chiliad, Leute. Ich glaube, hier war noch nie ein Mensch gewesen. Oh mein Gott. Und da vorne ist Licht. Ich glaube, da ist der Ausgang. Ich glaube, da vorne könnte der Ausgang sein. Ich will auch nicht wissen, was uns hier im nächsten Level erwartet. Aber wir müssen es schaffen, um Shin, Sonic zu besiegen. Noch ein Fahrstuhl. Das hier muss die letzte Stufe sein. Ich will nicht wissen, was für eine Kreatur hier auf uns wartet. Okay, Sonic, geh du zuerst durch. Geh du zuerst. Wie geh du zuerst durch? Ja, dann geh ich halt eben zuerst, wenn du Angst hast. So, mein Gott, Sonic. Jetzt hab mal keine Angst hier. Oh mein Gott, das sieht hier irgendwie so richtig nach einem Boss-Level hier aus. Ich will echt nicht wissen, was uns hier erwartet. Okay. Komm schon, die Türen müssen aufgehen. Und let's go. Oh Gott, Leute, wir sind jetzt hier auf der letzten Ebene angekommen. Oh, was ist das denn? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das ein Teufel? Das ist der Teufel, er wohnt unter dem Mount Chiliad. Was macht er? Achtung, Sonic! Wow! Achtung, er macht seinen Feuerstrahl. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott, ich schieße auf hier, ich schieße auf hier. Oh Gott, nein. Nein, mein Magazin ist der. Oh, das bringt nichts. Oh, nein, 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 Leute. Der will uns verbrennen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, er hat Sonic erwischt, er hat Sonic erwischt. Warte mal, Leute, das ist jetzt meine Chance, ihn mit Wasser zurückzuschlagen. Und... Nimm das! Feuer gegen Wasser! Oh mein Gott, oh mein Gott, wir haben ihn nach hinten geschoben. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das verschafft uns etwas Zeit. Sonic, Sonic, Sonic. Oh mein Gott, geht's dir gut, Sonic? Ich weiß es nicht, ich glaube, das verschafft uns nur etwas Zeit. Ich muss ihn noch nicht besiegen. Warte mal, ich habe noch eine Idee, wie wir ihn stoppen können. Und nimm, nimm das! Komm schon, komm schon! Oh nein, es bringt nichts. Oh mein Gott, nein, das hat nichts gebracht, die Attacke. Oh nein. Und... Aber mit dem Wasserstrahl kann ich ihn aufhalten. Wenn auch nur für kurze Zeit. Komm schon! Oh mein Gott, Leute, wir müssen ihn stoppen. Ich brauche diese Feuerattacke von ihm. Wie kann ich das am besten machen? Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Warte mal, ich muss ihn perfekt treffen. Wo steckt der, wo steckt der, wo steckt der? Oh, Achtung, Achtung, Sonic, pass auf! Nimm das! Oh nein, 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 die Attacke bringt nichts gegen ihn. Wie können wir ihn aufhalten? Oh nein, 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 Leute. Warte mal, vielleicht kann ich ihn eineisen. Das müsste was bringen. Sing ihn an! Oh, ich werde ihn einfrieren. Ich muss ihn mit dem Eis stoppen. Nur so geht's, nur so geht's. Nimm das, Teufel! Oh, komm schon! Ja, perfekt. Wir haben ihn vereist und jetzt gebe ich ihm den Rest. Jetzt gebe ich ihm den Rest. Und Wasserstrahl! Nimm das! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, ich habe ihn zerstört. Er ist weg. Er ist weg. Du hast ihn zerstört. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe zwei neue Attacken bekommen. Sonic, es wird Zeit, hier rauszugehen. Oh mein Gott, Leute. Mit unseren neuen Fähigkeiten werden wir jetzt Shin Sonic stoppen. Wir gehen jetzt hier raus und werden jetzt Shin Sonic aufhalten und Sonic seine Fähigkeiten wieder zurückholen. Leute, let's go. Sonic, pass auf, bleib hinten. Du hast keine Kräfte mehr. Schnapp ihn dir. Shin Sonic verwüstet hier die Stadt. Ihr kleinen, schwachen Menschen. Shin Sonic, ich bin nicht mehr so schwach, wie du mich in Erinnerung hast. Shin Sonic, nimm das und lass die Stadt entbrüren. Oh mein Gott, hä, ist die Wunderung. Oh mein Gott, ja, perfekt, perfekt. Sonic, bleib hinten. Oh mein Gott, wir haben ihn weggespült. Ich werde dich vernichten. Du willst mich vernichten. Das glaube ich nicht. Ja, nimm diesen Feuerstrahl. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben ihn ausgenockt. Oh Gott, wir haben ihn ausgenockt. Aber ich glaube, das war es noch nicht. Das war es noch nicht. Jetzt werden wir ihn richtig fertig machen. Glaubst du, das ist alles, was ich drauf habe? Dann zeig doch mal. Nimm das. Nein, er ist die Wunder gegen. Das bringt nichts, die Kraft. Nein, 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 nein. Ich dachte, du bist stark, Alt-Rhymex. Oh Gott, Leute. Warte mal, ich habe noch eine weitere Idee. Nimm den Feuerstorm. Bam, 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 bam. Oh mein Gott. Oh Gott. Leute, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Vielleicht, warte mal, wie wäre es mit... Warte mal, ich kann ihn singen mit meinem Sing-E-Mode. Mit meiner Sing-Fähigkeit. Oh, nimm das. Guck mal, er ist betaubelt, er ist benebelt, er ist benebelt. Ja, nimm das. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt gebe ich ihm nochmal den Wasserstrahl als Kombination. Und boom. Sehr gut, er liegt, er liegt, er liegt, er liegt. Leute, wir müssen ihn einmal perfekt mit dem Meteoriten-Hakel treffen. Das war es dann für ihn. Shin, Sonic, wo steckst du? Wo steckst du? Das war es für dich, I-Crymex. Nein, Leute. Da ist er. Ich werde nun meine finale Attacke... Oh mein Gott, ich treffe ihn mit dem Meteoriten-Nagel. Perfekt. Oh mein Gott, Leute, wir haben ihn erledigt. Jetzt werde ich mit seinen Kräften wiederholen. Sonic, wir geben dir deine Kräfte wieder. Oh. Ja, perfekt, Sonic. Her damit. Und let's go. Oh, ich bin wieder schnell. Oh mein Gott, guck mal, wie klein er wieder ist. Nein. Shin, Sonic, du Noob, ey. Bam. Oh mein Gott, und Sonic ist wieder schnell. Oh mein Gott, Shin, Sonic. Was hast du mit mir gemacht? Du bist wieder ein kleiner Noob, Junge. Da, wo du hingehörst. Und wir sind super stark. Sonic, ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, ich glaube, den Typen. Ja, sehr gut, Sonic. Sehr gut, setz deine Kräfte ein und bring ihn ins Gefängnis. Aber, Leute, ich würde sagen, damit Ende gut, alles gut. Wir haben die Stadt und Sonic gerettet vor Shin, Sonic, Leute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crymax. Tschüss, ciao. Tschüss. Bach, Bernard.